hallo leute es gibt einen neuen waffen duplizieren glitch also ihr könnt jede waffe die ihr wollt duplizieren in meinem beispiel hier habe ich jetzt das schild genommen die waffe die duplizieren wollte muss auf dem ersten waffen slot sein so jetzt müsst ihr euch nur noch umbringen ihr müsst jetzt warten bis ihr bis zum letzten millimeter ausblutet und sobald der letzte millimeter da zu sehen ist dann drückt ihr rucksack öffnen geht ganz schnell auf die waffe runter und drückt wegwerfen wie ihr seht dass mein schild im letzten moment noch raus geflogen aber ihr habt da echt nur eine sekunde zeit um das zu machen sonst fahrt ihr zu langsam und müsst noch mal machen wie gesagt ihr müsst da echt schnell sein ich zeige es euch jetzt noch mal in zeitlupe dann könnt ihr einfach ganz normal wiederbelebt werden und jetzt braucht ihr noch einen mittleren oder einen großen rucksack damit ihr eure waffe beziehungsweise das schild hier weg stecken könnt weil ihr könnt nicht zweimal die gleiche waffe tragen deswegen braucht ihr einen rucksack damit ihr die weg stecken könnt so jetzt müsst ihr nur noch exfiltrieren und dann habt ihr die waffe als kontraband waffe in eurem rucksack und könnt sie weg stecken wie gesagt ihr könnt es mit jeder waffe machen ich habe hier als beispiel jetzt nur ein schild genommen also wenn es euch geholfen hat dann lasst ein aber und ein like da haut rein peace bis dann bis dann bis dann Untertitelung des ZDF für funk, 2017